hier sind wir in einer bar im dana beach resort total urisch ist die gestaltet mit schweren ledermöbeln mit holzverkleidung und tefelungen hier kann man ja sein bierchen schon genießen oder eben halt auch einen kaffee trinken einen tee trinken super schön und die ist direkt hier zentral hier geht es wieder zur rezeption vor und da ist abends was los an der rezeption auch sogar hier in der wartehalle oder eben halt in der bar wo ich gerade war hier ist eine kleine bibliothek wo man sich auch bücher annehmen kann hinsetzen kann einfach den abend genießen kann ausspannen kann ja und hier sind verschiedene bücher und das alles unheimlich zentral hier an der rezeption